herzlich willkommen zu einem weiteren let's play mit dem herrn weger hallo regnet es er spielt mit rapid wien und ich bin in barcelona mit meiner kinderzmannschaft aber ich bin kein fan so richtig von barcelona war wir vielleicht und vielleicht hat es mal mitbekommen ich bin bayern fan aber ich mag was du mein idol ist nicht mal das glaube ich weiß jetzt bis jetzt schon hier geht er und david alaba oh mein gott der regen das ist eine katastrophe mann ich kann also wenn das mit regen das wird jetzt das richtig in die hose geht das weiß ich jetzt schon wir werden so oft ausrutscht der ball wird so behindert fliegen und ich kriege jetzt gleich ein tor reingedrückt oder auch nicht noch nicht obwohl ich muss mich jetzt so anstrengen obwohl es wird nicht es wird glaube ich nicht lauf doch vor ein bisschen wie wärs da braucht man ihnen verteidiger nicht mal einen einen boost haben boost ich meine boost ist auch nicht so schnell wenn man ihnen verteidiger weil die ersten minuten laufen wir schon uns die hütte weg gar nicht mich verarschen und schon sagen der und der tor wird nichts du bist raus tor wird macht keinen scheiß du bist raus du bist einfach nur raus raus aus dem spiel drauf aus dem leben raus aus allem alter der rennt mich um geht's noch macht spaß macht spaß macht spaß macht spaß verfluchte hä ich blick nichts mehr abseits du oder ja nema war im abseits tja dieser böse nema was hast du gegen nema alter und verletzt die schulter ist glaube ich tot jetzt sehen die schulter geht fort ist ecke es wird doch nicht so einfach wie ich mir gedacht habe ich stelle mich schon an weil glaubst du ich sage automatisch ja ich habe verloren und scheiß drauf kannst du knicken du kannst den anstrengend in den arsch stecken ja das zählt das war gar nichts ich dachte erst draußen messi jetzt ich suche ja nur messi ah man hast die kennung ja macht erstmal tricks 1-0 das war das für ein schuss war der in der luft und hat in der luft geschossen mit kopf oder mit kopf ja ich kann mich freuen das wird ein zerstörungs er hat nicht mehr angeschaut ich wollte ihn sogar sehen man das war ein kopfball der hat echt ausgesehen das würde in der luft fliegen und in der luft schießen ist voll krank ich kann ihn dir nachher zeigen nach dem bar das war gar nicht und dort lasst du uns ja natürlich wieder du bist kein tor machen kein ausgleich das kann sehr gut sein doch gesagt und schau mal in die kommentare welcher euer lieblings youtube ist wie ich auch mal gewissen ne mal meinen youtuber kann ich genau sagen wer es ist just cheap lp kann ich sofort sagen obwohl er leider mit youtube aufgehört hat und jetzt ist er in streams aber aber das ist mein lieblings youtuber und deiner meiner ist ich kann jetzt nicht sagen lieblings youtube ich kann auch sogar sagen wenn man erste youtuberin was ich jemals gesehen habe ist lionskop modder also meine erste let's player ich weiß gar nicht ob die jetzt noch let's play mein lieblings youtuber die macht nur live streams das ist eine schwierige frage aber wie ist das cheap das ist einfach es gibt viele ich schau beats mit die maß ich jetzt übelst feiern würde habe ich eigentlich gar nicht das ist kein absitz nein hä wie hä what the fuck was was ich hätte es so gekönnt dass der reingehört aber ich hätte es so gekönnt wollte ihr mich verarschen eigentlich hä das war gar nicht ich bin reingerutscht glaube ich und das war mir wunders aber echt dass es bis jetzt 1 0 0 steht das wurde mir echt das war kalt das war nicht so wagt du hast ihn gehalten ist irgendwie keine sau ist da ist es so unreal alter alter voll auf dem bauch voll alle tot voll im arsch alles tot nix das war gar nicht hä ist das ne ma gefolgt bastard nun mal müsste ich dich jetzt voll umsensen ne ma folgt mir da keiner ach er wird's dann mit der ma ich darf es nicht mehr dazu machen ich darf es nicht mehr dazu machen ich darf es nicht ja ich hab den blick schon herausgefunden sag gar nichts scheiße ich dachte es wird so einfach gehen wir wird's doch nicht wenn irgendwas ich dachte mir das ohne Sense ist guten Flug war der abgefälscht? nein hoffentlich nicht sag ich doch hä what the fuck der schießt ins Nirvana ah fein fällig ab Schiri ja die erste halbzeit kann ich knicken da wärs noch was gewesen ich darf nicht mehr gewinnen und ich für die 1 0 das ist gut das ist schlecht das ist richtig richtig gut what the fuck das ist nicht dein ernst du willst dich mit Messi anlegen leg dich nicht mit Messi an das ist nicht dein ernst ich wusste es leg dich nicht mit Messi oder ne ball jaha ich tue es eh nicht aber ich muss irgendwie an den ball kommen weißt du warum läuft der Typ nicht vor ey der Hund ist so dumm was hätte es dir gebracht vielleicht deine Dorschungs ja das ist ja das was ich will ich wusste es danke mit 1 0 wirklich euer ernst ich faul dich so weg oder ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben ob ihr einen Lieblingssong habt von einem YouTuber Alter das ist ja gar nichts wie eng ey ne du hast mal einen Schuss abgefälscht da bist du wieder ja ernst ja ernst hau ab alter ja pisse dich ach du scheiße du bist ein Einwurf lieber gewesen Torwart danke was willst du geh weg ich bin schon wieder viel zu riskant habe ich gehabt das Gefühl oder schreib mal in die Kommentare ob ihr andere Let's Plays aufbringen sollen Let's Plays Together so zum Beispiel Tekken oder UFC wo ich die zerstören würde so eine Art meine Güte das ist nicht wahr das neue Game WB 2K19 das werden wir auf jeden Fall zocken ja ist okay sogar Elfmeter nein ich wusste es na was das wundert mich gerade ok irgendwo irgendwer alter wollte mich verarschen ich hab doch gesagt dieser Bad ist ein Zerstörungsbad zerstört ist das jetzt immer gar nicht ein Tor hast du eines ich dachte es gibt schon 3 4 zu 0 ok 2 Tor 2 ja 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 ist ok ey Innenverteidiger ja 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 da war keiner richtig gut gestanden der Typ so war es und pique kenne ich keinen aber gut ich habe kein Plan was ich hier noch machen sollte jetzt wollte ich nicht mehr so viel machen kann ich sag doch nenne ich dich nicht mit Barcelona an hä wenn du Barcelona gewesen wärst welche hättest du eigentlich genommen du nicht auch Barcelona glaube ich oh nein das alter alter ich wollte mich verarschen haha ich schiss 4 mal auf das Tor es geht nicht rein was 2 mal abgefecht 2 mal Stange das ist nicht ihr Ernst oder was willst du du kannst ja nichts mehr groß und jetzt bin ich ausgerutscht wegen dem scheiß Regen ey das ist dieser Part ist mein dieser Part ist mein Part ganz klar dieser Part ist göttlich für mich alles spielt gegen mich Regen Wetter du ne alles Krass mein Gott ich würde mich noch fein wenn ich ein Tor machen würde ein Tor brauche ich noch Du sollst du den anderen Okay oh mein gott das war knapp das ist der vorteil für mich ja ich weiß deswegen sei das war knapp hat damit das wird nichts mehr vielleicht mit groß glücklich ein tor noch aber das war's auch nicht so mir kann keiner sagen es nicht versucht hat ja 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 der sieg ist mein das kann sehr sehr gut sein sehr sehr gut oder was da kommst du nicht durch ich bin echt gespannt wie viel schüsse ich aufs tor habe ich bin echt gespannt wie viel das sind ich krieg kein es geht nicht du kriegst du nicht durch aber ich werde dir kein drittes tor machen lassen ganz knicken fertig 2 0 wie viele wie viele schüsse habe ich gemacht schüsse aufs tor 9 ich habe ich habe sogar mehr schüsse aufs tor hast du alter und für sie insgesamt dass du zwölf gleich durch bist du teppert aber für das für den unterschied dafür ist auch mehr warte sind ja eben alles habe ich mehr außer ecken ok aber schussgenauigkeit schussgenauigkeit passgenauigkeit alles habe ich mehr ok passgenauigkeit haben wir fast gleich ja ok schussgenauigkeit aber auch mehr ja gut das war es von dem es war aber wenn ihr ein neues let's play together haben wollt mit mir dann schreibt es wird so oder so es wird so und so together 2k 19 geben das wird so oder so geben ja und dort bin ich auch dann planlos das ist gut und ja für das habe ich mich eigentlich gut geschlagen oder bis zum nächsten mal ciao